Für unser Land ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Der Kalte Krieg ist vorbei. Wir brauchen Gas und Russland braucht das Geld. Waren wir zur Sorge? Lange Zeit wollten die Menschen keine schlechten Nachrichten hören. Dieser junge Mann galt als der neue Hoffnungsträger. Da inszeniert sich ein starker Führer eines starken Landes. Es war eine große Euphorie da. Der versucht, die westliche Werteunion zu spalten. Egal mit welchen Mitteln. Eines dieser Mittel ist Desinformation. Er versteht die Macht der Wilder. Den Feind respektiert er, aber Verräter müssen getötet werden. Ein Menschenleben ist diesem Mann nichts wert. KT Guttenberg. Auf den Spuren der Macht. Der Fall Putin. Nur auf RTL+. Jetzt Serien, Filme und Musik streamen für 9,99 Euro im Monat. Irrer, verräteid. Untertitelung des ZDF. Die Blumen des ZDF. Die Blumen des ZDF. Die Blumen des ZDFs. Die Blumen des ZDF-